Jetzt dürfen Sie sich auf brandneue Highlights freuen und das sind wirklich so bezaubernd schöne Highlights. Sie sehen es hier schon ein bisschen, wir haben eine gemütliche Stimmung bei uns im Studio und das ist auch gut so, denn gerade jetzt in der nasskalten Jahreszeit, da kann man Lichter ja sowieso nie genug haben, aber meistens will man dort Lichter haben, wo es eigentlich nicht möglich ist, also wo ich jemanden kommen lassen müsste, der mir irgendwelche Ecken beleuchtet, der wieder Kabel verlegt und eine Steckdose und ja, das kennen Sie vielleicht das Problem, aber wir zeigen Ihnen, wie Sie niemanden kommen lassen müssen, wie Sie ganz einfach schnell und selbstbestimmt in diese Ecke und in diese Ecke und in diese Ecke soll Licht. Ja und das hat Kathi jetzt mitgebracht, wunderbare neue Produkte und unser Kameramann, der hat auch gerade schon vor der Sendung gesagt, boah, die muss ich mir unbedingt holen, die sind aber auch toll, oder? Ja, brandneu hier bei uns im Programm und die sind wirklich super schön und wirklich innerhalb von Sekunden zu installieren. Also ich habe das ja vor der Sendung hier im Studio gemacht, es geht rucki zucki und man hat so viel Spaß damit, weil man sie überall installieren kann, wo man Licht haben möchte. Wir haben sie in zwei unterschiedlichen Versionen, einmal im klassischen Weiß, da können Sie aber auch entscheiden, möchte ich es heller haben, möchte ich es dunkler haben und dann auch diese bunten, die Sie jetzt hier schon vor uns auf dem Tisch sehen. Wir beginnen mal mit dem weißen Set und zwar haben wir da ein Dreier-Set für Sie. Es sind klassische Unterbau-Leuchten, so nennt sich das Ganze, so schauen Sie aus. Eine schöne runde Form das Ganze, sehr leuchtstark, 120 Lumen, das sind 16 COB-LEDs in einer so einer Leuchte und die kann ich jetzt einmal per Druck betätigen und da sieht man gleich, boah, die sind sehr, sehr hell. Also 16 Stück, dann drückt man einfach nur so drauf, dann gehen die auch an. Das wäre ja jetzt aber ein bisschen unkomfortabel, wenn ich da immer zu meiner Leuchte hinlaufen muss, wenn ich die jetzt zum Beispiel in einer Vitrine befestige oder zum Beispiel auch an einem Schrank irgendwo oder in einem Schrank sogar. Die Befestigung ist sehr, sehr einfach. Es gibt da so kleine Klebehalterungen. Anne-Kathrin hat vor der Sendung gesagt, das sieht so aus wie kleine Obladen. Das sind aber spezielle mit so doppelseitigem Kleber und das ist so Industriekleber. Kann man wirklich überall einfach dran machen. Wir haben das jetzt hier zum Beispiel bei uns mal, ich habe das vor der Sendung gemacht, einfach in so ein Regal an der Seite, einfach mal so reingemacht und da klebt man das einfach fest und dann zack hat man das da drin. Das ist wirklich eine Sache hier zum Beispiel von ein paar Sekunden, wenn man das da reinklebt, einfach zack einmal oben dran und ich kann das jetzt hier per Handgriff dann steuern. Also Sie sehen das an und aus bei so einer Lampe. Schöne, also geht wirklich ganz, ganz einfach. Das Schöne ist aber, ich habe jetzt im Lieferumfang hier auch eine Fernbedienung mit dabei und kann jetzt auch mit der Fernbedienung einfach sagen, ich mache jetzt die Lampen mal eben aus oder ich mache die Lampen wieder an. Also wirklich ganz komfortabel das Ganze, super einfach mit der Fernbedienung. Kann jetzt auch, wenn ich sie anschalte mit der Fernbedienung sagen, ich dimme die einfach mal runter, ja auf 50 Prozent, weil ich habe hier auch zwei unterschiedliche Leuchtmodi. Ich habe sogar eine Timer-Funktion von 30 Minuten mit dabei. Und in diesem Set jetzt für 9,41 Euro, das müsst ihr sich überlegen, sind drei von diesen Lampen mit dabei. Okay, drei Stück und die Fernbedienung mit der tollen Halterung für die Fernbedienung. Also drei Stück plus Fernbedienung für 9,41 Euro. Und man kann die dann auch erweitern und zwar endlos erweitern, wenn man das möchte. Tja, und das für 9,41 Euro, das komplette Set. Also wirklich wunderbar gemacht, auch die Halterung hier für die Fernbedienung, es sieht einfach super schick aus. Und jetzt schauen Sie sich das Regal an, ist das nicht spektakulär? Auch wenn man zum Beispiel so dunkle Küchenecken hat. Man hat das ja ganz häufig, wenn man in der Küche arbeitet, ja, dass das Licht zwar von oben kommt, aber man macht sich häufig selbst Schatten. Und hier habe ich ein schönes, schönes Arbeitslicht und das, da muss man natürlich sofort zugreifen, oder? Wenn Sie jetzt allerdings sagen, naja, drei Stück ist mir ein bisschen wenig. Ich will viel, viel mehr haben, ich will die kombinieren. Dann haben wir jetzt für Sie das praktische Erweiterungsset. Also vier Stück sind da jetzt mit dabei für 9,41 Euro. Und da kann man ja auch ruhig mehrere Sets davon bestellen. Selbstverständlich, da kann man ohne Probleme erweitern. Dann ist es endlos erweiterbar. Das heißt, auch hier in so einem Viererset dann nochmal vier von diesen Lampen dabei, plus eine Fernbedienung, also für 9,41 Euro nochmal vier, plus eine Fernbedienung. Also können Sie endlos erweitern mit diesem Erweiterungsset. Das ist super praktisch, das Ganze. Greifen Sie dazu, erweitern Sie so viel Sie möchten, für Schränke, für Vitrinen dann, wenn Sie wollen. Das ist eine super Sache, als Licht rund ums Bett zum Beispiel. Und Sie sehen ja, mit der Fernbedienung das Ganze zu steuern. Die Fernbedienung, so eine schöne Halterung mit dabei an der Seite, wo Sie es auch reinmachen können. Das ist einfach genial. Einfach genial sind auch unsere nächsten Leuchten, weil die können nicht einfach nur herkömmlich warmweißes Licht zaubern, was ja auch schon schön ist, wenn ich arbeiten will, ja, dann brauche ich helles Licht. Aber dann kommen wir zum gemütlichen Teil. Und manchmal hat man ja, du hast die Vitrinen angesprochen, so für Wein und Spirituosen oder Sektgläser, was man da alles so im Wohnzimmer hat. Die will man natürlich auch beleuchten, je nach Stimmung. Und das können wir hier mit unserem Dreier-Set. Und das ist ja schon der Knaller. Wahnsinn! Genau, und hier haben wir, wir sehen das hier gerade, ein schönes rotes Licht gerade angeschaltet. Man kann das natürlich dann auch einmal, ich zeige das mal, per Tastendruck wechseln zum Beispiel. Auch hier das Dreier-Set. Ganz wichtig, das sind jetzt drei Stück, also eins, zwei, drei von diesen Lampen und eine Fernbedienung mit dabei, sodass Sie das komfortabel dann per Fernbedienung schalten können oder natürlich auch immer per Druck auf die Taste schalten können, wenn Sie das möchten. grün, blau, aber auch ein weißes Licht mit dabei. Das ist ja auch manchmal ganz interessant, also so wie Sie das möchten. Super schön gemacht für 9,41 Euro inklusive Fernbedienung. Und auch dieses Set ist erweiterbar. Genau, das zeigen wir Ihnen auch gleich noch. NX 6896 und die 569 ist hier die Bestellnummer für das Dreier-Set. Plus Fernbedienung, plus Timer-Funktion, das sehen wir hier gerade schön, was ja auch mal ganz praktisch ist, wenn die sich automatisch ein- und ausschalten sollen. Und ganz wichtig, 20.11., Sie sehen es gerade eingeblendet, jetzt schon vorbestellen. Die sind ganz, ganz brandneu. Bestellen Sie jetzt vor, seien Sie einer der Ersten, der diese tollen LED-Unterbauleuchten bei sich im Wohnzimmer hat, Küche, Schlafzimmer kann man hier überall einsetzen. Auch hier schön kombinierbar, alle drei Farben, wie gesagt, jetzt vorbestellen. Und, du hast es angesprochen, Erweiterungsset haben wir auch hier wieder mit vier Stück unserer tollen Unterbauleuchten. Das Erweiterungsset dann auch hier mit viere von diesen Leuchten, die Sie dann benutzen können. Vier Stück, auch hier sind wieder diese Kleber mit dabei, die Sie dann direkt verwenden können, um das wirklich innerhalb von Sekunden einfach zu installieren. Das ist ja immer ganz wichtig, rucki zucki das Ganze installiert. 9,41 Euro, auch hier die Fernbedienung für Sie mit dabei. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Super schick mit der NX 6897 und der 569 kommen die zu Ihnen nach Hause. Wie gesagt, 20.11. ist es dann endlich so weit, ist ja gar nicht mehr so lange. Und dann kann man das überall dekorieren, wo man will. Man kann das auch wieder jederzeit rückstandslos ablösen, gar kein Problem, wenn Sie dann umziehen, ausziehen, wo auch immer. Oder sagen, ach Mensch, jetzt will ich das lieber beleuchten. Es ist einfach super schick. Und egal wo, ob das ist Kinderzimmer, ist Gästezimmer, ja, die kann man einfach überall einsetzen. Jetzt werden die natürlich durch Batterien betrieben. Wenn Sie dann noch keine haben zu Hause, hätten wir jetzt noch die günstigen Sparsets für Sie. 20 Stück zum Beispiel Typ AAA mit der PX 1565 und der 569. Und die sind natürlich auch im Preis und in der Qualität super. Braucht man immer Batterien. In die weißen kommen dann die AAA-Batterien rein. Man braucht auch immer Doppel-A-Batterien. Deshalb würde ich Ihnen einfach raten, AAA-Batterien, Doppel-A-Batterien direkt mitzubestellen. Weil das ist einfach so eine Sache, Batterien braucht man immer. Und wie gesagt, die AAA-Batterien, gerade in die weißen Leuchten kommen die halt rein. Dann die Doppel-A-Batterien auch hier einfach mitbestellen. Dann haben Sie genügend zu Hause. 5,61 Euro für Typ AA mit der PX 1569 und der 569. Und dann kann man losdekorieren. Ja, einfach nur zack rein. Sie brauchen keinen Elektriker kommen lassen. Sie müssen keine Stromkabel verlegen. Das stört mich ja immer so ein bisschen, wenn du einen Lampen hast oder Beleuchtungsmittel. Dieses Kabel, was immer nervt und irgendwo runterhängt. Und du musst immer gucken, wie kann ich das verstecken. Furchtbar. Das haben wir hier nicht. Das ist komplett kabellos. Und schau mal, wie schön das ausschaut. Wundervoll. Also mir gefällt das auch jetzt gut mit dieser Kombination. Also nicht alle drei in den gleichen Farben, sondern auch in unterschiedlichen Farben. Aber das dürfen Sie ja dekorieren, wie Sie das wollen. Und nicht nur wie Sie das wollen, sondern auch wo Sie das gerne hinhaben möchten. Wichtig ist, dass Sie jetzt vorbestellen. Weil nur dann sichern Sie sich die TV-Sonderpreise, die bei uns ja immer zwei Stunden gültig sind. Rufen Sie uns an. 0180 51 51 und dreimal die zwei. Oder bestellen Sie bequem online. Viel Freude damit. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.